Die Lage im Arzon befindet sich in rund 450 Metern Höhe. Die Böden sind hier sehr abwechslungsreich und durch den hohen Kalkanteil hervorragend für Pinot Noir geeignet. Durch einen zarten Holzfassausbau zeigt sich der Pinot von Nalsbergreit von einer deutlich fruchtbetonten Seite mit viel Saft und Kraft, einer seidigen Art, einer zarten Würze und natürlich einer Pinot-mäßigen Eleganz.